Unsere Weihnachtsausstellung 2023 zeigt 16 Kripten, und zwar aus der ganzen Welt. Eine meiner Lieblingskripten ist die aus Peru. Die ist von Hilario Mendeville und er zeigt ein sehr farbiges, sehr fröhliches Ensemble. Im Zentrum Maria, wie eine Flamenco-Tänzerin, und die drei Könige, die wir dieses Jahr im Fokus haben, die sind auch speziell bunt und schön ausgestattet. Auffallend an dieser Kript sind die langen Hälse. Alle Figuren haben lange Hälse, und das ist eine Hommage an das Lama, das Nationaltier aus Peru.